Jo Leute, bevor das Video startet, gibt es erstmal einen kleinen Sperr-Buggen aus meiner Sache. Ihr könnt Kanalmitglied werden bei Pius. Ab 1,99€ im Monat werdet ihr Kanalmitglied werden. Wieder kann Zahlungen jederzeit kündbar. Die Creator kann Vorteile gegen ändern. Ihr könnt einfach nebenbei den Nutzernamen und den Porta anbieten oder den Live-Chat. Und ihr könnt auch beim Evercrossing New Horizons und mehr mitspielen und sichern einen Platz in meine Tattle-Switch-Online-Liste. Dein Benutzer ist in der Endcard oder in der Kanal-Info. Und ab 9,99€ könnt ihr auch ein riesiges Danke machen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Video ab dafür. Yo meine liebe Freunde, was geht? Herzlich Willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf meinem Kanal. Auf meinen Peter-DerKiller-Aufwischne. Also, ich bin jetzt als Peter-DerKiller-Best auch eingeloggt, um die Kommentare dazu lassen. Weil er mich geblockt hat. Für ein paar Monate. Aber ich hab mir mal trotzdem ein bisschen beschlossen, dass ich ein bisschen ein schönes Kommentar da lasse. So, wir schauen heute das Video von Pius an. Und ich werde das auch mit beurteilen, weil der 5.3.2020 ist ja schon drei Monate her und ich hab's trotzdem beurteilt. Es war schon okay, das Direkt. Und jetzt schauen wir uns Pius seine Sicht an. Moment. Das Video heißt, ich reagiere auf Pübis Reaction. Oder Hashtag Pübi Reagiert. Hashtag Pielklicker. Ja, Pielklicker heißt das ja. Und ihr habt auch seinen Kanal verlinkt und ihr könnt auch Mitglied werden. Einfach Mitgliedsmitglied werden und ja. Okay. Wir schauen uns das mal an. So, ja los geht's. Bin sehr gespannt. Irgendeiner hat irgendwie so ein Memes oder so eingereitert. Memes, aha, okay. Ja, guck mal an. Spannend, was er zu Paper Mario sagt. Wird er komplett ausflippen? Wir werden's sehen. Hallo, wo sind deine Emotionen? Ha, Paper Mario 2, das zock ich gerade. Ähm, der Hybi und Pius, sein Kanal ist in der... Ah, er wirkt jetzt noch nicht so begeistert. Komm, Pübi, Emotionen. Hallo zusammen, ich bin Tau. Okay, das findet er geil. Das findet er super. Warte mal. Wir müssen mal kurz ein Szene aus meiner Reaction zum Fuse, sein Direct. Wir müssen mal kurz einblenden. Hallo zusammen, ich bin tot und führe sie durch die heutige... Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Habt ihr's jetzt gesehen? Das war schon lustig. Ich hab's doch mal auf Twitter-Post gemacht hier. Okay? Also wer hier nicht lachen tut, der hat schon Probleme in seinem Leben. Das hat wirklich geil von Kufu gemacht hier mit der Totstimme. Ja, war meine Idee zwar natürlich, das ist ja ganz klar, aber er hat das Ganze eingesprochen und ich hab ihn vor den Text geschickt. Ist einfach geil. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht, wie wie. Der DB Train Simulator. Ja, man merkt auf jeden Fall seinen Hype. Er möchte das Spiel auf jeden Fall spielen. Das find ich sehr gut. Ich, um ehrlich zu sein, irgendwie auch nicht. Also für mich ist es nix, aber es gibt ja durchaus einige Fans davon. Jetzt bin ich sehr gespannt, was er zu Animal Crossing sagt, weil das war ja richtig geil mit den Texten von Nook und so. Ich bin sehr gespannt, Leute. Wird ihr das gerade wirklich skippen? Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Ey, also, also Pius und Hübi, ihr bekommt ein... Das geht doch nicht. Ein anderes Wort für GUT. Schlecht. Richtig. Aha. Was, der Animal Crossing Text war so... Ja! Ey, hast du einen geilen Arsch! Linda steckt wegen dem Corona-Vorfeld in Wuhan fest. Was ein Pech. Aber auch Jaja. Ja. Sie kommt per Update. Wir freuen uns auf sie und ihre Sternis. Ja, ja. Yeah, er mag es. Für weitere Infos müsst ihr mir auf YouTube-Vorallem... Vor allem Discord-Folgen ganz wichtig, Leute. Ich bin sehr froh, dass das nachgeholt hat, Leute. Das wäre echt... Es gibt einfach... Also, das ist ja nicht echt schon okay, aber ja... Pius... Ähm... Eh, mein kleiner YouTube-Vorallem und so, ja... Ja... Doch, eines der besten Teile, da fällt mir nix so ein. Okay, das ist doch witzig. Yay. Oh, Smash. Man sieht seine Freude richtig hart. Ah, da hätte ich Bock auf Mario Kart 9, ne? Ah, ich würde es auch endlich haben. Nintendo, bitte dieses Jahr. Auch wenn ihr den Trailer kennt, wirkt ihr zumindest in dem Moment nicht so. Und jetzt so ganz random. Nook is back. Moin. Gefällt Ihnen diese Ankündigung? Dann gebe ich einen Daumen hoch. Leute, diese Like-Zahlen müssen wir auf jeden Fall noch schaffen, ne? Bitte liked mit euren 20 Accounts in The Direct. Dankeschön. Er feiert es auf jeden Fall und das finde ich geil. In dem Tube macht doch gar nicht mehr Mario Party, oder? Äh, doch, klar. Super Mario Party 2018 für Nintendo Switch war von RdTube. Also, was für Fake News erzählt es ihr, wie? Ist nicht okay. Ne. Das wird doch mittlerweile von irgendjemand anderem gemacht. Nein! Fake News! Alter. Amiibo Festival 2. Ja. Dieses Jahr. Man sieht wieder seinen Hype. Also, er kann, er kommt darauf einfach gar nicht klar. Oh mein Gott, endlich kommt der zweite Teil meines Lieblingsgames. Ja, ja. Ah, da kommt doch die Freude. Ob er ein Like gibt auf das Video? Ich bin sehr gespannt. Okay, das ist echt ganz cool gemacht. So Leute, ich will auf einmal, ähm, Hübi und Pius, Grüße gehen raus. Und, ähm, falls ihr noch nichts getan habt, könnt ihr einfach zwei Leute einen Daumen nach oben da lassen. Sonst Curry. Oh, scharf! Oh, scharf! Oh, scharf! Ich sage jetzt einfach nur, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich sage jetzt auch noch weiter. Vielen Dank.